Hallo und Willkommen zu Battlefield 5 mit dem Black Devil. Moin. Moin. Und ja, einfach mal stumpf ins Spiel rein, einfach mal Multiplayer. Ich habe noch nicht mal Singleplayer gespielt. Black Devil hat das auch schon, das Spiel, aber es auch gespielt. Ja, aber wir als Veteranen kommen doch sofort instant klar, oder nicht? Natürlich. Warte mal. Ah, jetzt. Ah, jetzt verstehe ich dich auch, Heilige. Ja, ich mache es sonst immer ganz komisch. Nee, mein Kopfhörer war nicht richtig eingeschlüsselt. Ach, deswegen hat es halt die ganze Zeit so komisch geknackt bei dir, weil ich höre das nämlich auch. Ach, schön. Ja, schön. Jetzt, wenn du die technischen Schwierigkeiten überwunden hast, kann es ja losgehen. Ja. Warum steht, das Spiel wird gesucht, eine Minute und sechs Sekunden Strich, eine Minute 27? Eine Minute 25 ist die erwartete Suchzeit, also die durchschnittliche. Oh Gott, wie lächerlich. Das machen sie schon ran, okay. Bei mir steht eine Minute 27. Bei mir steht 1,25. Und jetzt sind schon 1,27 rum. Ja, bei mir ist es auch rum. Oh, 1,30. Hat es gedauert. Ah. Ja, gut. Fünf Sekunden plus Minus wollen wir mal nicht so sein. Also ich muss zugeben, ich hatte schon mal, sogar auf der Map hier, habe ich sogar schon mal gespielt und es fühlt sich ganz gut an. Also ich denke mal, es wird dir gefallen. Och, hoffe ich mal, ne? Warte mal, das ist jetzt, ist eine Falle. Verursacher als Aufklärer bei Gegner 2000. Ach so, auch, ja, tägliche Befehle. Battlefield 1. Lass dich grüßen. Ja, ja, das ist ganz klassisch. Du kannst ja auch noch Aufträge aussuchen, die du nebenbei erledigen willst und so weiter. Ja, ja, ich spiele einfach. Die haben sowieso das mit dem Anpassen und so, haben sie ganz schön, ich sag mal, nicht übertrieben. Doch, übertrieben. Ja, es ist eigentlich echt übertrieben, wenn du sogar die Uniform, Hose, Jacke, Scheißdreck, alles abändern kannst. Ja, ich habe es dir gerade angeguckt, Alter, oder an der Waffe, aber wirklich jeden einzelnen Scheiß. Das konntest du vorher, glaube ich, auch, oder? Also ich denke mir dabei immer so, ich denke dann immer so zurück an meine PC-Zeit, so bei Battlefield 2 oder so. Da hattest du eine Klasse und die hat auch nur eine Waffe gehabt. Und dann war das halt einfach so. Ja, und es hat Spaß gemacht. Ja. So. Oh, wir sind mitten im Gefecht. Alles klar. Ähm, wie rückt man denn vor? Sollen wir erstmal zu Fuß? Ah, ich sehe, wo du spawnen willst, cool. Was, echt? Oh, Tatsache. Kling, 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 kling. Also ich bin, äh, Sunny, äh, einfach mal zu E. Einfach mal in die Mitte. Gut, ich mache den Muni-Typen und komme mal mit zu dir zu E. Äh, ja. Oh Gott, wo lande ich denn? Hallo. Oh, direkt beieinander. Hast du mich jetzt erschrocken, Mann? Ich habe dir so ein Messer reingejagt. Ich habe gerade Messer in der Hand. Ich muss jetzt wechseln. Redzen kann ich noch nicht. Was? Kannst du? Ach nee, alles gut. Moment, Steuerung, alles klar. Okay, ich save dich erstmal, während du mit der Steuerung klarkommst. Das ist Feinde. Feinde! Oh! Das Markieren geht ja nicht mehr, ne? Es geht noch so halbwegs. Also man kann irgendwie so trotzdem noch mit R1 irgendwie sagen, da ist was. Ah, fuck, Vorsicht! Ja, ja. Oh Gott! Das ist ein Zeichen voraus. Ich habe R1 gedrückt gehalten. Da kam so ein Rad, das habe ich noch nie gesehen. Ich bin tot. Nein, ich brauche dich, Bobby! Steh auf, du Sau! Ich werde wiederbelebt, oder was? Wieso kannst du mich wiederbeleben? Weil wir im Trupp sind. Achso. Ah, fuck, ich wurde angeschossen von den Treppen links. Das war Granate! Warte, 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 warte. Steuerung, Viereck. Lauf, lauf! Nein! Autsch, verdammt! Das war eine Falle. Sniper-Wolf-mäßig. Der Scharfschützer hat mich erledigt, hat darauf gewartet, dass du mich willst. Sniper-Wolf-mäßig. 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 Du hast links, du hast ja unten links, und sind Punkte. Ne? Die stehen da neben deinem Namen, weil du der Squad-Leader bist. Wir haben jetzt 800 Punkte. Wenn wir genug Punkte haben, können wir Sachen kaufen. Das machst du mit L1 und R1 gedrückt halt. Ach, du Heilige. Okay. Ja, wir können dann auch... Wir können dann auch genug... Wenn wir genug Punkte haben, können wir dann auch sowas wie eine Rakete und sowas anfordern. Feinde direkt voraus. Da steht ein Panzer. Ja, da steht ein Panzer. Okay, warte mal. Habe ich irgendwas? Ich habe Minen. Die nützen aber jetzt nicht viel. Oder habe ich irgendwas? Brauchgranate ist das, glaube ich, oder? Was habe ich da jetzt reingeschossen? Ja, ich habe die gerade eingenehmt. Das war natürlich auch sehr sinnvoll. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt hin, platziere ein paar Panzer ab bei mir. Nein! Oder auch nicht. Ah, ich kann Barrikaden bauen, alles klar. Ach, stimmt ja. Man kann ja auch noch Barrikaden bauen. Die sind aus dem Panzer ausgestiegen und haben mich irgendwie niedergeschossen. Ach, du Heilige. Das sind Barrikaden. Sandsäcke. Ole, ole. Und der Panzer steht da immer noch. Au! Von der Seite. Da war einer. So, wie sieht es denn auf der Karte aus? Scheiße. Da wird gekämpft. Da, B. B, 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 B. Da geht die Luzi ab. Okay, von B. Ich habe doch nicht einen Kill, Alter. Ich habe vor deiner Nase. Oh Gott. Glaub ich nur einen oder so. So, ich gebe dir jetzt Moni. Ich habe doch nicht mal geschossen. Oh, da ist schon wieder ein Fahrzeug hinter, ne? Achtung, links. Wow. Alter. Oh nein, kommt ein Panzer. Ah, ich bin auch am Arsch. Ach, du Scheiße. Vielleicht brauchen wir auch mal irgendwie ein paar Fahrzeuge, ein Panzer oder irgendwas. Ja, das war jetzt mal wieder sehr lächerlich. Uh, ich habe eine Idee. Spawn mal in der Base. Ah, der Respawn ist schneller, ne? Als... Ja, das haben sie definitiv schneller gemacht. Hä, sollten hier nicht irgendwie... Ja, super. Sollten hier nicht irgendwie Fahrzeuge sein? Nee, hier sind nur Standgeschütze und... ...Politionslage. Oh, das ist... Das ist ein Flak. Yeah. Das ist ein Flak-Geschütz. Und da ist ein feindlicher Flieger, oder nicht? Oh nein, das ist unsere... Da ist er. Moment, das ist auch ein Flak und das andere ist... Verweck! Hä, ist das? Ja, ha, 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 ha. Wow! Wow! Alter! Das war... Der ist immer noch da. Oh. Ich snapp ihn dir. Na? Oh, toll. Oh, ich habe ihn sogar echt getroffen. Achtung! Oh, nee. Was? Hallo, Alter. Hallo. Hallo. Ich komme mal raus hier. Wozu ist der hier, da? Hier hinten? Ich habe mal... Äh? Ich habe ja... Nach hinten? Was? Ui! Ja, die stehen so, weil... Ähm, du die... Wenn du jetzt hier mit dem Panzer spawnst, kannst du die hinten an deinem Panzer befestigen und dann irgendwo hinziehen, wo du so passt. Ah, das ist natürlich praktisch. Deswegen stehen die... Stehen die am Spawn verkehrt rum, damit man nicht extra irgendwie hinfahren muss. Fährt einfach rückwärts, hakt die Dinger an. Hinter mir kommt ein Panzer. Kommt man da rein? Oh ja, ein Platz ist da. Verdammt! Ich komme da nicht rein. Nö, 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 nö. Alter, wie er das Feld auch aufräumt. Cool. Und alles wieder hoch. Okay. Schade. Das sind sehr stabile Blumen. Ja, merk schon. Das sind Gummiblumen. Klicken runter und wieder hoch. Wir haben das F... Gehen wir mal zu F oder direkt zu E rein? Ich weiß nicht, was näher ist. F 170, E 100. E ist näher. Und da sind auch gleich, glaube ich, direkt Geg... Nee, doch nicht falsch geguckt. Machen wir da der falsche Knopf. Vorsicht, da vorne sind wirklich Gegner. Ja, ich wollte ihn nur markieren eigentlich. Ich gehe mal ein bisschen hoch an die Wand. Gucken. Okay, direkt unter uns sind welche. Da ist auch ein Fahrzeug und ein Panzer. Einen habe ich erwischt. Oh, das sind zwei. Okay, zwei habe ich erwischt. Da ist einer von uns, der... Ah, fuck. In der Kirche hinter dir. Ja. Oben. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, ich weiß... Ah, verdammt. Alter, ich habe mich angehört. Ich habe mich nicht mehr lange durch. Sunny. Wo ist hier ein Sunny? Das heißt kein Sunny, der ne. Ich bin Battlefiel, das sind die Sunny. Da war ja was. Uwe, wo bist du? Ich gehe mal zur A. Ich weiß doch, ob bei dir es Bonken oder nicht da, ja. Normalerweise schon. Ja, ja. Hier ist ein... Hier, können wir mal ein bisschen Muni. Dann muss ich einfach nur wieder die Klasse wechseln. Genau, probier doch einfach mal ein bisschen rum. Ja. Ah, shit. Ich war von der Waffe nicht so ganz begeistert, aber... Jawohl, ich habe eine. So, warte mal, wir haben... Äh... Alter. Was kann ich uns jetzt kaufen? Äh... Ach, du Heilige. Hallo! Äh... Moin. Ich kann jetzt irgendwo hier ein Luftding abwerfen, ne? Ja, so eine, so eine, äh... Ja, halt so eine, so ein Munitions- und Medi-Kick-Ding-Sie. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt hier ein Bombenabwurf. Ne, leider nicht. Wir benötigen dringend einen Neustuchbehälter. Hier ist ein... Wow! Vom Feld aus... Au, fuck. Ja, vom Feld. Da, wo... Nebst du noch? Ah, da bist du. Ah, nein! Ich wollte gerade zu dir. Wo bist du? Ich lieg hier drüben, siehst du mich? Hallo! Ich lieg hier drüben, ich winke. Toni! Elf, mehr! Kein Sunny, nix! Wutsche! Warte mal. Ich hab was! Trupps. Kann ich jetzt nicht jemanden... ...Trupp verweiten? Oh, nein! Oh, nein! Ne, ach. Ah, Moment, kann ich ja nicht... ...Truppmänner doch. Tuck! Haha! So, äh... Wo bist du? Ah, da! Panzer! Ich bin hier. Oh mein Gott! Oh, ich hab doch einen Kill! Ich hab ihn das geschafft. Wahrscheinlich nur Killhilfe, die als Kill zählte. Ach so, ja. So, wo rückt man denn auf? Na, 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 na. Ich hör dich! Warum hör ich den nicht? Der hat auch nicht angeschaut. Warte mal. Warte mal. Ich hör ihn doch einfach mal. Ich hör ihn aber auch nicht. Also, falls, falls... ...Dings nicht. Also, das Licht nicht an dir. Oh, ich bin tot. What the fuck? Ich hab auf mein Handy geguckt. Ihr habt es gemerkt, der hat dich da oben rausgeschlossen. Ey, da. Die kleine Ratte in der Kirche, ey. Der sitzt doch immer noch da drin. Da, da. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ist er immer noch da oben? Ja, ist immer noch da oben. Ja, ich hast ihn. Da steht nur getroffen. Da stand Fahrerhilfestellung. Ja, von Treffer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ich verbrenne. Was zur Hölle ist da passiert? Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Wir haben gerade irgendwas abbekommen. Ich bin tot. Wir haben irgendwas abbekommen. Ja, ich bin mal stummi. Oh nein. Ganz großer Fehler. Warum bin ich in dir ges... Oh. Warum bist du in mir gespawnt? Das weiß ich nicht. Gespawnt. Da war eine... Granate genau. An mir. Da und bei A. Da schleicht sich eine A. Das sehe ich doch. Ja. Ey, 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 ey. So, oh, 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 da, da, da. Oh, fuck up. Oh, da ist noch mehr. Was? Jawohl. Ab schon. Das sehe ich dir immer nicht. Da ist noch einer. Pass auf. Direkt vor dir. Höch, höch, höch. Ah, da ist noch mehr. Ah, da ist... Die Waffe ist einfach nur für den Arsch. Äh, können wir mal nicht. Was hast du für eine Waffe? Keine Ahnung. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich frage hier nur, weil ich muss ja selber wissen, welche Waffen gut sind, welche nicht. Ich habe die Standardwaffe gehabt. Ich habe nichts geändert. Achso. Ach, was? Irgendwo vorne rechts auf dem Feld. Scheiße. Egal. Haben wir gewonnen? Nein. Niederlage. Noch viel zu spät reingekommen. Eben. Wir hätten sonst das Ruder noch rumgerissen. Ja, aber sowas war. Ja. Z-D-D-U-D-U. Das ist so ein Name. Z-D-D-U. Das ist, glaube ich, Z-D-D-U. Was ist in der Hölle? Stritte, du. Das ist auch so ein Kandidat, der freut sich bestimmt, wenn man seinen PSN-Namen endlich abändern kann. Also, beziehungsweise, kann man ja. Ja, ganz spezielle Leute. Äh, Moment. Was ist denn hier demnächst? Habe ich denn irgendwas schickes Pommes? Nein. 3 zu 8, Achter Heiliger. Wie sieht denn meine Statistik aus? 8 zu 8. 3.300 Punkte, war jetzt auch nicht so der Bringer. Warte, wenn ich jetzt weiter drücke. So, da passieren Sachen. Ja, ein Ladebildschirm, der verdammt lange ist immer. Als ich vorhin das Spiel gestartet hatte. Hey, ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Jetzt fehlt mir noch Toni. Hallo, jetzt vielleicht? Ja! Ah, hallo. Ja, moin. Was war da denn los? Mein Headset war gemutet. Was heißt heute? Heute kam das Mikro erst an, deswegen wollte ich sagen, ich habe es einfach angestopselt. Und dann haben wir so, okay, hören Sie mich jetzt wirklich nicht? Nee, war wohl gemutet. Ja, alles klar, weiß ich wenigstens, wofür der Knopf jetzt ist. Ah, wieder was gelernt. So, beim Sani hat... Ah, verdammt. So, ich bin wieder Sturmi. Ich will den Flugzeug. Es wird... Ich weiß halt nichts. Ich drücke irgendwas. Ich bin... Ich hab den Flugzeug. ... in einem Panzer. Oh mein Gott. Feuer! Trupps... Born of Father. Hä? Du hast gerade Punkte bekommen, weil ich bei dir gespawnt bin. Das ist meine zweite Runde. Alter, das ist das mega. Ich sitch hier in einem Messerschmitt drin. Ich hab meinen Spaß. Alter, ernsthaft? Regen? Ah ja, das Wetter kann sich auch dynamisch ändern. Das sieht so schön wenig. Naja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also das Spotten von Gegnern ist recht schwer. Ja, das Spotten kannst du... Machst du aber auch wieder ein bisschen kniffliger. Ja, das stimmt. Aber so richtig Spotten kannst du hier... Nicht, ne? Nee, Spotten geht generell nicht so. Bist du denn Hanna? H. von Dattler. Achso. Oh, verdammt. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt hier quer runter oder hoch fahre. Ich fahre jetzt gerade einfach nur quer. Nimm mal Querheiten, ne? Nicht den Panzer! Du fährst immer irgendwie nur durch Bäume hier gerade. Das ist das, was du... Meistens machst du das Bäume umfahren, ne? Ja, ja. Da braucht man eine Munition. Ich habe noch niemanden Gegner gesehen. Komme ich damit durchs Wasser? Ich glaube nicht, ne? Äh, probier's einfach. Musst du mir sagen. Solange du was... Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht probiert. Mach's einfach. Also ich glaube, dass du Wasser ist hier. Also da, wo ich hingucke, da fährt er auch hin oder was? Bist du nicht verarscht? Ja, die habe ich auch umgestellt. Das ist ätzend. Okay, äh... Oh, fuck. Gut, das muss ich nochmal ruhig... Jetzt nimmst du wirklich die Brücke? Oh, man. Ist ja langweilig. Na gut. Na gut, wenn du weißt, dann fahren wir durchs Wasser. Na klar. Mir ist doch egal. Ja, toll. Du hast geklärt. Gut. Durchs Wasser geht's schon mal. Ich glaube, das ist gar nicht so tief hier. Nö, nö, überhaupt nicht. Das Wasser ist doch tief, oder? Ja, das ist sehr tief. Toll gefahren, Bobby. Sehr gut gemacht. Es ist so tief, dass der Panzer explodiert ist. Ja, das ist... Natürlich. Ist klar. Ja, klar. Unter Wasser explodiert ein Panzer sofort. Natürlich. Musst du auch so ganz normal mit dem Auto auffassen, wenn du irgendwie durch eine Pfütze teerst, oder so. Ja. Wenn die zu tief ist. Du machst Puff. Ja, fängt an zu brennen. Verdammt, ich seh nix. Wo lauf ich überhaupt hin? Äh, Friedrich. Äh. Wenn wir das noch schaffen, ich glaube, eigentlich... Nee, schaffen wir nicht mehr. Ah, verdammt. Warum taust du jetzt? Habt ihr das gesehen? Sei vorsichtig. Ja, oder? Ja, doch. Neee! Aber hier, äh, im Flaggenbereich ist doch wer. Markiert, wenn's geht. Dann kann ich ein bisschen... ...Gestützung geben von oben. Wir haben jetzt genügend Ziele gesichert, um den Kampf zu kontrollieren. Wo ist der Hölle? Jo, genau. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Hier ist doch wer oder nicht? Keine Ahnung. Ähm, ich hab hier gerade eben drei weggeholt an meiner Pose. Ich glaube nicht. Na, hier ist niemand, ne? Ja, ich hab eine Bombe abgeschossen. Endlich. Kommen Sie rein, gucken Sie raus. Ja, das ist... Du kannst nicht mehr überall einsteigen. Oh, wie lächerlich. Du kannst halt nur noch da einsteigen, wo, ähm, entweder Platz frei ist oder ein Geschütz oder wie auch immer. Mann, das ist so realistisch. Oh, da rechts waren wir hier. Hinten ist es frei. Kannst du da einfach umsteigen? Äh, jopp. Ich fahr mal zu... Keine Ahnung. Komm ich da irgendwo noch nach rechts oben? Zu G? Äh, jetzt kannst du hier rechts. Verdammt. Äh. Oh, man kann jetzt auch sein Flugzeug reparieren, während man sich bewegt. Das ging früher nicht. Da muss man ja immer geradeaus fliegen. Hoffen, nicht abzustürzen. Achtung! Wir haben vier Berfer verloren. Ich hab das Gefühl, irgendwas ist hier. Nee. Also der Flangenbereich ist, äh, frei. Ja, ja. Der Bereich. Hä, rennt die Feuer und tritt tot. Oh. Hä? Wieso hab ich jetzt das Ding? Hä? Hast du das gerade gesehen, Bobby? Nee. Hä? Wo ist der Wagen? Ja, keine Ahnung. Ich wurde eben gerade... Ich wurde ausgestiegen quasi. Und noch einmal ist das Fahrzeug hier hinten. Äh, Wagen ist weg. Okay, aber wir haben mal despawned. Oh, hier direkt bei uns? Ja. Ah, fuck. Warte. Ja, direkt am Baum hier vor mir. Hm. Ah. Okay, ich bin bei euch. Ich musste aus dem Flieger raus, leider. Äh, direkt vor mir auf dem... Na. Na, warte jetzt. Wow. Na, komm, ich krieg den noch. Ich krieg den noch. Einen hab ich. Eieiei. War das nicht zwei? Ja, ah, verdammt. Auf der Straße. Auf dem Weg. Hab ihn. Alter. Okay, ich save. Hol' ihn. Juhu. Öh. So. Ah. Hier ist schon wieder irgendein Gegner. Okay, kann ich hier nicht hier... Ist halt die Frage, wo? Munition! Hier unten. Hier unten. Öh, 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 öh. Auf dem Weg. Äh, Tank. Hier kommt gerade ein Tank rein. Oh, schön. Hab ich irgendwas dabei? Nee, ich hab gar nichts gegen den Fahrzeug. Äh, ich hab meine Minen gerade erst wegge... Warte mal. Ich hab noch Minen. Hallo! Fahrzeugen! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein! Äh, scheiße. Oh, Mann. Oh, kacke. Man kann dich auch nicht wiederbeleben. Nee. Wow! Alter, so ein Sack. Hör mal durch meine Minen fahren. Uh! Ich hab'n... Da sind Minen! Hat er Mine gelegt. Ups. Oh, oh. Was ist denn der Rest? Alter, aus! Der Panzer schießt doch nicht. Jaja. Ja, ich hab's erwischt. Ja, verdammt. Oh, shit. Hier kommt noch mehr. Hier kommt noch Fußfort an. Da kommt auch noch ein Trupp Scharfschutz. Oh, scheiße. Ich lieg hier noch. Ich lieg hier noch. Wir waren ja ganz allein. Au, verlappt. Ja, ein bisschen. Oh, Gott, oh Gott. Ja, Herr Truppführer, wohin gehen wir? Äh, du siehst es ja. Geh, ich will doch, geh wieder haben! Oh, verdammt. Oh, das war jetzt so knapp. Könnte bei mir. Geht das Wort aus? Jawohl, Tigerpanzer ist gerade im Angriff. Schön. Ah, ha, 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 ich geh wieder weg. Ich hab eine erwischt. Oh, nö, das kommt ein Geist noch. Da kommt noch ein Tank aus, der haben es morgen. Ich hab irgendwie die Klasse geweckt, das ist auch gut. Das war Paketenwerfer. Da ist Gefahr! Ah, ha, ha, ha. Steuerung. Verdammt. Ernst? Da ist einer, äh, um die Ecke. Oh, Panzer, Panzer. Verdammt, da würde ich jetzt nicht rausgehen. Ich hab den Panzer mal markiert, wenn man ihn wenigstens mal sieht. Oder halbwegs. Heilige Scheiß. Ach, Mist. Boah. Da kommt nicht ballig noch einer, oder? Was für ein Geier war das? Hier war einer die ganze Zeit auf, ich hab Held. Hier ist noch ein Tank. Boah, der ist immer noch da. Oh Gott. Getroffen! Baller. Sunny, ich brauch mal ein Medikind. Ich hab verloren. Ich hab nur so 30, ich bin direkt in die Weile. Wo ist der Tank? Okay, klappt. Da, oder ab, gell? Ah, Gott sei Dank. Ah, verdammt. Das ist irgendwie auch komisch in diesem Teil mit den Medikids werfen. Ja, irgendwie schon. Manchmal will er das nicht werfen. Ich glaube, das kommt noch so was an. Da ist ja immer noch der Tank. Was? Ist ja immer noch da oben? Oh, mal ich. Ja, ja. Warte mal, ich hab Panzerabwehrmänner. Wow! Sniper auch. Alter. Selbstheilung. Siehst du, dass da immer noch der Tank ist? Immer noch am Leben. Ja, das ist immer noch der Tank. Ich schmeiß gerade Minen dagegen. Jetzt hab ich ihn. Sehr gut. Au! Shut up. Ich hab vom Scharfschützer aus dem Bunker oben einen gekriegt. Ah. Da müsst ihr vorsichtig sein. Oh, ich glaube, die ist reingehört. Alter. Alter. Ah, hit uns. What the fuck? Da ist ja schon wieder ein Tank. Hinter uns? Ein Wallisch. Ja, wenn ihr mal Munition hätte? Jop, danke dir. Ja, hier. Muni. Da hast du. Gönn dir. Ich hab hier eine Kiste irgendwo hingestellt. Ja, ja. Ähm. Hier direkt bei uns ist nochmal ein feindliches Fahrzeug gewesen. Was ist denn der Tank? Ist, glaube ich, weg. Ne. Ich hör aber was. Ne, da... Achso, unter. Okay. Nein, nein, nein. Puh. Okay. Äh. Gut. Mal stehen wir auf die Brücke, oder? Hier sind auf jeden Fall Sniper unten bei Echo. Augen auf! Da drüben ist Gefahr! Nicht gerade wenig. Oh. Oh ja, ich seh sie. Oder zumindest ein Teil. Einige sind jetzt auch noch recht zugekommen. Ach du Heilige, was ist denn da los? Einfach mal rein. Oh, ich versuche eine gute Position für mein Maschinengewehr zu finden, aber... Da ist Gefahr, Vorsicht! Wir haben jetzt die Kontrolle über zehn Haltungen! Okay, einen habe ich. Die halbe Schlacht ist geschlagen. Oh, fuck you. Sieht gerade relativ sauber aus. Ja, einen habe ich, glaube ich. Oh nein, ich habe keine Muni mehr. Quatsch, ich komme vor. Hier direkt ist bei mir, ist einer. Shit, Sni... Äh, nichts. Ich habe mich jetzt zerrissen mit einer Mine. Scheiße. Ah! Ich wollte gerade aufstehen, weißt du, vormarschieren, Munis schmeißen. Ich hoffe, ich hätte nicht vergessen, dass er noch Scharschütze ist. Aber B haben wir eingenommen. Ja. Jetzt noch die Frage, wo hin? B kriegen wir jetzt auch gerade. Ich bin jetzt bei mir gespawnt, weil hier noch irgendwas ist. Okay. Dann komm ich jetzt. Ja, linke Hand ist noch wer, Bobby. Oh, shit. Was schießt denn da? Die Kasse. Oh, shit. Hey! Hä? Hinter uns? Keine Ahnung. Aufklärer? Ach, der ist irgendwo oben im Brückengebäck vor uns, quasi. Ah. Ich bin der Lady. Hilf mir! Ich habe es irgendwie gerade noch geschafft, bei E zu spawnen, aber wirklich in der allerletzten Sekunde. 14.000 Punkte, was könnte man damit denn anstellen? Weiß ich nicht. Sammel, sammel. Mach gar nichts, sammel und dann die V1. Oh ja, das ist eine gute Idee. Äh, Black hinter dir. Alter! Ja, vor mir, vor mir habe ich auch. Ich glaube, ich habe es schon fast durch deinen Kopf geschossen. Das waren eindeutig zu viele. Dezent. Da war mein Magazin zu klein. Ich glaube, ich sollte mit deiner Klasse... Na, egal. Truppsborn! Hallo! Ich glaube, hier oben ist irgendwo noch ein Sniper im... Da ist er. Okay, hast du ihn? Nee, noch nicht ganz. Ja, ich habe ihn auch in 47 getroffen. Erzähl rein. Einen habe ich. Direkt vor meiner Leiche ist einer. So einen habe ich auch noch. Also ich habe beide Sniper weggeholt, oder? Bobby, pass auf, links. Hinter dem Jeep da. Ja, das ist hier jetzt das Main-Gefecht. Boah, Alter! Jawohl, ich habe zwei... Mann! Zwei erwischt, Scherbe! Trupp aus der Gefecht. Rückzug! Kriege ich dich wieder? Ja, ich kriege dich wieder, ne? Warte auf, da sind noch... Da sind noch irgendwo Scharfschütze. Oh, komm, nimm mal hier! So, okay. Wo die Kiste sitzt. Ich drücke vor. Bobby, direkt links. Da ist auch ein Sniper. Ja, eigentlich in der Mitte war noch... Boah, das ist so viel Dinger vorne. Da hängst du voll ins Kreuzfeuer rein. Alter, hier sind 5000 Leute. Denkst du, einer kümmert sich um dich? Ja! Oh, nice! Danke! Lass mich jetzt einfach fliegen. Lass mich fliegen. Geh weiter. Nein, ich wollte auch die... Nein, ich werde... Oh, du kannst Granaten zurückwerfen. Ah, sehr gut. Dankeschön. Hallo! Ob das hier so klug ist, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. So, Monikist, ich brauche ich. Bisschen. Jetzt mal irgendwie ein bisschen vorrücken. Ich komme hier... Ich bin schon dabei. Das hier? Nein. Direkt vor mir hier links ist da einer. Was sehen? Werter verlieren wir gerade hinter uns, oder? Ja. Oh, was war das denn? Ach, Tank. Oh, Mann. Warte, ich habe dich. Boah, shit, der schießt noch. Komm, 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 komm. Wo ist der Tank? Aha! Boah, der nachgeladen hat. Wow. Hinter uns ist Bravo schon wieder gefallen, ne, Leute? Ja, aber wo ist der Tank? Gibt's doch nicht. Unten. Wow, oben ist auch noch einer auf der anderen Seite. Wow. Alter. Okay, ich habe einen erwischt. Echt, du... What the fuck? Mensch, leg dich hin. Ja, ich... Ja, zu spät. Abends, von der linke Seite kommt einer. Der ist direkt hier vor mir. Okay, ich habe ihn. Oder einen habe ich. Man, belebt doch! Nicht Wasser aufheben, belebt mich! Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Und dann hängst du da mit irgendeiner Krüppelwaffe und denkst du, ach nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich glaube, jetzt habe ich deine. Dann muss ich's lernen. Die ist eigentlich ganz gut. Die ist komplett ausgebaut. Das ist ja ein Vorteil von den Anfangswaffen. Ja, okay. Ja, immerhin. Okay, irgendjemand ist durch eine Mine gefahren, die ich vor 10 Minuten gelegt habe. Ist doch gut. Glaube ich zumindest. Ja, Munnykiste. Falls jemand braucht. Was? Oh nein. Boah. Wie zur Hölle hat der uns... Ist er da durchgesäbelt, oder was? Ey, der hat da jetzt, glaube ich, keine Ahnung, wie viele von uns er ist. So, sicher ist halber. Jetzt reicht's. Erstmal hier wieder Samtsäcke hinklatschen. Warte, schön. Wie viele Leute haben jetzt gerade wiederbelebt, ey. Das war... Wir haben nur B und D. Und wieder zurück. Okay, ich hab ein paar Samtsäcke gefahren. Wieder zur E. Weiß ich nicht. Kommt gerade ein Bomber. Achtung. Oh ja. Oh shit, oh shit. Die Brücke hat mich gerettet, oh. Lexig. Ja, das ist mies. Bei manchen Maps, ähm... Kannst du quasi die V1 nicht einsetzen, weil die dann irgendwie gegen Häuser prallt, oder so. Das ist total dämlich. Woa, fuck. Ah, okay. Oh nein. Oh shit. Ah shit. Schade. Oh mein Gott. Unser ganzes Team konzentriert sich nur auf diese Brücke. Wir müssen ja mal irgendwie ein paar andere Punkte einnehmen. Ja, besser wär's. Ah, Icehackling ist auch sehr. Ah, verdammt. Ja, bei Delta rein oder was. Direkt neben dir. Ich komm noch gar nicht zurecht, Alter. Ich musste auch erstmal die Sensi nach oben schrauben. So, ähm. Also. Was haben wir denn jetzt schon eingenommen? Da wird gekämpft, da wird gekämpft. Könnt man von A zu C rüber marschieren, das wäre vielleicht auch mal ne Möglichkeit. Mein Fernseh versichert. Ich würde ja mal Sunny machen, aber die Waffe ist kacke. Die Sten ist doch für'n Asch. Die ist eigentlich mega gut, Bobby. Okay. Bei mir hat sich ein... Okay, versuch's nochmal. Ah, stand up! Bin in der Basis gespawnt. Einfach mal ein Visier drauf, Wappen und gut ist. Nicht bei mir spawnen, ich bin in der Basis. Auch gut. Die Sten sind. Vielen Dank.